Auch in diesem Jahr verwöhnen Sie das Kaffee-Bückdicht-Team zum Kunden, Mitglieder und Widerfest der SWG, WGS und der Stadtwerke Sangerhausen mit leckerem Eis und kühlen Getränken. Aber das ist nicht alles, was hier zum Thema Sommer, Sonne, Sangerhausen serviert wird. Es erwartet euch ein buntes Familienprogramm mit Shows und Aktionen, sowohl vor der Bühne als auch auf der Bühne, genauso wie natürlich zahlreiche Infostände, auch Mitmachaktionen und auch eine große Auswahl an live und frisch zubereiteten Speisen werden hoffentlich auch euren Gaumen erfreut. Das hört sich ja schon toll an und ich kann jetzt verraten, was es für Kinder gibt. Und zwar wird es eine riesen Dschungelhüpfburg geben, ein Seifenblasen-Künstler wird auftreten und wir werden sogar ein Sommerblumenkranzbinden haben. Außerdem können Kinder wieder den Kindertrödelmarkt nutzen, Eltern können sich dafür bei der Werbeprojekt Medien GmbH anmelden bei Frau Fritz und die Standgebühr wird wie im letzten Jahr auch drei Euro betragen. Diesen Betrag werden wir dann wieder spenden an soziale Zwecke. Das wird den Kindern natürlich gefallen. Für die Bewegung haben wir auch was. Und zwar haben wir ein Gewinnspiel, wo ein Lösungswort gesucht werden muss und die Hinweise findet man auf dem Platz verteilt. Und wer sich noch nicht genug bewegt hat, der kann am Abend das Tanzbein springen. Und zwar spielt um 19 Uhr die Partyband Party Shakers und bringt den Marktplatz zum Kochen. Bei dieser coolen Band tanze ich bestimmt auch mit. Und wir laden Sie alle recht herzlich ein. Bringen Sie Ihre Familien mit, Ihre Freunde, Ihre Nachbarn und feiern Sie mit uns am 1. Juli auf der Markt Südseite mitten in der Stadt Sangerhausen.